Hallo, ich bin Nidalee. Also ich weiß jetzt schon, dass ich nicht Impact haben werde. Was sagen? Also, Jungle mit Nidalee ist sehr ungewohnt. Wird's nicht entspannt. Wegen Shake muss ich ja nochmal Recurl canceln. Alter, was ist das? Du spammst ja permanent irgendwelche Tasten. Ja. Mitter hat gerade gar keine Sums. Top player auch nicht mehr. Also, wenn wir den ganken wollen würden, der hat keinen Flash und wenn er stirbt... Ich hab noch nie mit Nidalee gegankt, aber ich kann's versuchen. Also, am besten triffst du halt deinen Speer und dann kannst du auch weit springen damit. Ja, also er hat halt nichts. Easy. Klar steht 05. Jeder ist einmal gestorben von denen. Clean. Ja. Nice. Perfekt. Ich hab 5-0 Twitch ey. Noch? Ich bin einfach. Der steigt mich hundertprozent sicher. Halt klar. Was ist das für'n Spiel? Ich bin nicht mal irgendwie beteiligt. Ja, also, Butlinke wird ja komplett alleine. Ich glaub, die hat aufgegeben. Fick dich Shaco Box ey Vekos ist gerade einmal gestorben schon Das war dein erster Kill Ich hab nicht aufgepasst Das war der erste Kill Hopp Na, ich kriege ja Base Ah bot Wadja 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 Wird so ein bisschen Flamm hier aufholen BAM Loll Ja, du hast das nicht schon wieder Ok Wadja 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 Wir brauchen Rift-Sharot, das ist wichtig. 18-1 Twitch, ey. Ich glaube, ich werde dieses Game auch keinen Kill machen. So, ja, ich hab kaum Einfluss und krieg kaum Kills und so. Und dann aber so, Pascal, ja, ich hab doch keinen Kill gebracht. Und dann der Twitch macht sowas. Ich werde 21 Kills. Und ich hab 10 mit Shen. Boah, das war mega knapp. Ja, weil ich auch einfach gut bin, aber ich kann ja auch nicht... Ich bin auch einfach gut, aber es ist ja einfach... Ist ja außerhalb. Leute, ich brauche Hilfe. Darf ich sterben? Warum darf ich nicht sterben? Weil das sonst unfair ist. Alter, ich will doch auch nur Kills haben. Den hätte ich bekommen können. Ich verstehe auch nicht, wieso du nicht surrendert haben. Der meint auch kein Jungle-Man ist das Ding. Ich hab'n Kill! Oh! Du Schack, Alter. Dann werden alle hier so rumchillen. Dann war das Game auf jeden Fall even. Ich hab'n An enemy has been slain.